Mein Name ist Yoshi Nichelle, ich bin 19 Jahre alt und ich reise zur Zeit per Anhalter von Deutschland. Von Mainz, meinem Wohnort, das liegt im Südwesten Deutschlands, bis nach Patagonien. Ich will bis nach Quiera del Fuego, ganz in den Süden, hier in die Südspitze gelangen. Mit 7 Segelbooten, 115 Autos und 10 LKWs habe ich es bis hierher geschafft. Ich bin jetzt in Kolumbien nach 8 Monaten Reise. Seit Oktober 2016 bin ich unterwegs, weil ich den Planeten entdecken möchte. Unser Planet steckt voller Wunder und genau das will ich erleben. Ich will wunderbare Menschen treffen, neue Sprachen entdecken und vor allem die Natur in mich aufsaugen. Ganz nach dem Zitat aus dem Film Der Club der Toten Dichter. Ich ging hinaus in die Wälder, um intensiv zu leben, um das Markt des Lebens in mich hineinzusaugen, damit ich am Ende meines Lebens nicht gewahr werden müsste, ich hätte nie gelebt. Ich lebe meine Träume, das kann ich zumindest im Moment von mir behaupten. Lass dich inspirieren. Juhu! Chile, ich komme! Chile, ich komme! Untertitelung des ZDF, 2020